Die Zahl der Nutzer von digitalen Sprachassistenten steigt stetig. Auch die Energieberatung der Salzburg AG bietet ihren Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich über Energiespartipps oder Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden zu informieren. Wir haben gemerkt, dass in der Corona-Zeit die Menschen natürlich viel mehr zu Hause sind, viel mehr Zeit dort verbringen und das bedeutet aber natürlich auch, dass der Energieverbrauch steigt. Das heißt, das Thema Energieberatung ist natürlich, das haben wir sehr stark jetzt gemerkt, die letzten eineinhalb Jahre gestiegen, das Interesse an der Energieberatung. Und wir als Green Tech Unternehmen müssen uns natürlich auch überlegen, welche digitalen Dienstleistungen können wir den Kunden anbieten, um einfach auch zeitgerecht eine Energieberatung entsprechend bieten zu können. Da gibt es jetzt derzeit zwei Varianten der digitalen Energieberatung. Variante eins ist, dass man direkt über unseren Chatbot, die Lea auf unserer Website, rechts unten dieses rote pulsierende kleine Kreischen, in den Live-Chat mit der Energieberatung geht und dort wirklich live mit einem Energieberater sprechen kann, beziehungsweise schreiben kann. Und die zweite Variante der digitalen Energieberatung basiert auf den Sprachassistenten. Die digitale Energieberatung ist sowohl für Amazon Alexa Kunden in Form eines Skills als auch für Google Assistant Nutzer als Google Action unter dem Namen Lea Energieberatung verfügbar. Und man kann über Sprachassistenten zum einen sich eine echte digitale Energieberatung holen, das heißt, wenn man einen erhöhten Verbrauch hat und seine Jahresrechnung bekommt und sich den nicht erklären kann, dann muss man nicht gleich direkt bei der Energieberatung anrufen oder in den Live-Chat gehen, sondern man kann auch die Sprachassistenten nutzen und der Sprachassistent versucht, gemeinsam mit dem Nutzer herauszufinden, warum hat man denn einen erhöhten Verbrauch. Und der zweite Part sind klassisch Energiespartipps. Und da haben wir eine Vielzahl an Tipps und Tippkategorien entwickelt. Unter den Kategorien findet sich zum Beispiel das Thema Küche. Hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Energie zu sparen. Sei es beim Backen, beim Geschirrwaschen, beim Tiefkühler oder beim Kühlschrank. Man kann gezielt sich zu den jeweiligen Geräten aus der Küche auch Energiespartipps holen. Eine zweite Variante ist zum Beispiel auch das Wäschewaschen oder das Wäschetrocknen. Auch hier kann man mit einfachen Möglichkeiten gut Energie sparen. Alexa, starte Lea Energieberatung. Willkommen bei Lea Energieberatung. Schön, dich zu hören. Ein Tipp beim Waschen der Wäsche wäre, wenn du kannst, schließe deine Waschmaschine an die Warmwasserzufuhr an. Das ist besser und verbraucht weniger Strom. Frag Lea Energieberatung nach dem Tipp des Monats. Diesen Tipp habe ich jetzt im August für dich. Nutze immer den kleinstmöglichen Topf und stelle diesen auf ein passendes Kochfeld. Viele nutzen jetzt sehr stark das Homeoffice. Und deswegen haben wir jetzt auch eine neue Kategorie eingeführt, und zwar Stromspartipps im Homeoffice. Wenn man zu Hause arbeitet, lässt sich mit ein paar Tricks einiges an Strom sparen. Hier ein Tipp, stelle deinen Schreibtisch nah an ein Fenster. Das natürliche Licht ersetzt das künstliche Licht einer Lampe und du sparst Strom. Vergiss nicht, Geräte im Standby-Modus brauchen mehr Strom, als man denkt. Eine weitere Kategorie sind jetzt Tipps im Garten. Wie kann man im Garten Energie oder beziehungsweise auch Energie sparen oder umweltschonender mit den Ressourcen, zum Beispiel Wasser fürs Gießen, umgehen. Hier ein Tipp, wie du im Garten Energie sparen kannst und dem Klima etwas Gutes tust. Gieße lieber morgens oder abends deine Pflanzen. Ansonsten verdunste zu viel Wasser und das erhöht deinen Wasserverbrauch. Aber nicht nur Energiespartipps in den unterschiedlichsten Kategorien finden sich hier, sondern auch ein eigenes World Changer Quiz. Unser Gedanke war, den Gamification-Charakter auch ein bisschen hineinzubringen in die digitale Energieberatung. Und hier können Nutzer in einem kurzen Quiz testen, wie viel wissen sie eigentlich wirklich über energiesparendes Verhalten, über ressourcenschonendes Verhalten. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Es sind zehn Fragen und sie werden immer schwieriger. Und sogar der ein oder andere Kollege tut sich da sogar schwer. Hier kommt Frage 1. Lüften durch gekippte Fenster ist weniger effizient, als wenn man kurz aber dafür mit voll geöffnetem Fenster lüftet. Ist das richtig oder falsch? Richtig? Die Energieberatung der Salzburg AG sorgt für Energiespartipps, Tipps rund um nachhaltiges und ressourcenschonendes Verhalten, aber auch Infos und Hilfestellungen zu Stromrechnungen auf allen Kanälen. Alle Infos dazu finden Sie auf www.salzburg-ag.at slash Energieberatung.